Ich hab's mal gemacht, ich hab's sogar, äh, hab ich dann wirklich auch was bestellt, also ich hab's versucht, so, ich hab gedacht, irgendwann wird schon richtig sein, was ich hab's gemacht. Da kam ein Japaner rein ins Restaurant, aber er hat ja jede Hände gerade mit ihm geschrien, ich hab nur gesagt, ah, ich kenn sie vom Fernseher. Ist geil, ne, ich merke schon langsam wieder, dass Asiaten auch immer alle verschieden sind, ne? Die Asiaten denken immer auch, wir sind alles... so nassig und... Aber wir denken das auch von Asiaten, das gibt's wirklich Unterschiede, ne? Ich mach ein Thai-Massage, ich mach hier eine Thai-Massage, und die reden schon wieder anders. Ah, guck, guck, guck! Also, seriös Thai-Massage, ne? Ne, das ist auch wieder so unterschiedlich, ne? Seriöse Thai-Massage. Kein Happy-Finish! Der muss sich ja ausziehen, also... fast... Und dann redet ihr jetzt, oder? Ist das Schöne-Mass? Ja, ist das Schöne-Mass? Ist das Schöne-Mass? Ist das Schöne-Mass? Ist das Schöne-Mass? Das ist so angeschombter oder du hörst? Oh, Schöne Haare... So ein Schöne Haar, guck mal, komm mal bitte, komm mal bitte, komm mal bitte, komm mal, ne? Das war ein Schwarzbiener, ich habe gesagt, oh du bist nicht so süß, was ist für die Reden? Und da hieß auch noch Porn. Die haben ja so einen Namen, Pookie Porn, Abwitz und Porn. Weil die hat so hart massiert, die haben gesagt, Soft Porn, Soft Porn. Jeder muss so seine Aufgabe machen. Es gibt ja Aufgaben, die macht man gerne und manche macht man nicht so gerne.